Drei in Deutschland, die zugelassen hatten, aber haltet immer so. Zu lange kennen wir schon, ja. Erstmal den dazu eingespülten Sound. Wir werden sehen, ob sich das nochmal reparieren lässt. Der A340 von Lothar Heinrich, der noch im Vorbereitungsraum stand, den Eurofighter als Closer des offiziellen Freistandes. Jetzt danach wird natürlich. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020